So, grüßen wir euch. Wir arbeiten seit langem zusammen und kam heute einfach das Thema wir die Unsterblichen. Wir die Unsterblichen ist natürlich für viele was ist das und was passiert wenn wir in dem Bewusstsein, dass wir unsterblich sind, was eigentlich jeder bestätigen könnte. In der Natur ist es so. Wenn wir die Genetik sehen oder auf dem Planeten kollabieren, die Unsterblichkeit ist Natur, ist die sogenannte Ewigkeit und das wird von niemandem in Frage gestellt. Aber wir haben oft, wir bremsen uns mit Ängsten, mit Grenzen, mit dem Gedanke der Sterblichkeit. Deswegen wollen wir jetzt eine Zeit lang forschen, mit wir die Unsterblichen, dass wir dieses Bewusstsein in uns gucken, was sich verändert, wenn wir das aus der Sicht der Unsterblichkeit sehen, dass wir unsterblich sind. Und ja, und mehr werden wir natürlich jede Woche, werden wir neue Erfahrungen machen. Es ist immer ein Beginn von einer Forschung und das wird uns natürlich diese Kraft geben oder diese Lust geben, Neues zu erforschen. Bist du kurz vor dem Tod oder so, komm in die Unsterblichen. Bist du gerade geboren, kommst du in die Unsterblichen, bevor du dein Leben verpasst. Egal. Also wir, die Unsterblichen, wir erforschen das Bewusstsein, das Ewigsein, was uns neue Kraft und neue Klarheit gibt. Was meint ihr? Wunderbar. Oder welche Aspekte gehen noch dazu? Das heißt, du kannst praktisch etwas Neues erschaffen. So Regina, du hast vorhin etwas Neues erschaffen. Ein Planet. Einen neuen Planeten, ja. Dein Feld, ne. Was verändert sich dann? Vielleicht noch ein paar Aspekte, ne. Ja. Es macht auf jeden Fall sehr viel Freude und es hebt auf einmal wieder die Stimmung. Es, die Liebe fließt wieder anders als vorher, wo noch ja Restängste waren oder Unstimmigkeiten, fühle ich mich jetzt wieder um vieles, vieles stimmiger und wieder tatkräftig. Ja. Und ich möchte das gerne ergänzen. Das Allereiste, was ich wahrgenommen habe in dem Feld der Unsterblichkeit ist, dass sich die Ängste auflösen. Vor was soll ich Angst haben, wenn ich ewig bin? Und das zweite Feld war, dass es mich unfassbar mutig macht. Also mutig, Dinge auszuprobieren, aber auch diesen Mut, im Jetzt zu sein. Einfach zu sein. Auch gar nichts tun zu müssen, sondern mich hingeben, mich einzulassen. Und ich werde sehr inspiriert auch von Musik. Und gestern Abend sah ich dann noch kurz eine Musiksendung. Und dann war der Titel, lasst uns kurz für immer bleiben. Das hat mich so berührt, dieser Satz. Lasst uns kurz für immer bleiben, ist für mich Unsterblichkeit. Ja. Ich bin immer da, ich werde immer sein. In welchem Aggregatszustand, ist die andere Frage. Aber ja, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Es löst Glückseligkeit in mir aus. Und was du noch gesagt hast auch, dass wir eigentlich die Ewigkeit vor uns haben. Und alles entspannter auch sehen können. Ja. Also mich entspannt es total zu wissen, ich habe ewig Zeit. Ja. Ich muss es nicht jetzt tun und sofort. Und das müsste ich doch jetzt noch schnell erledigen. Nein, all dieses Schnelle und die Zeit ist eigentlich ausgehebelt. Sagen wir mal, der Druck, schnell kann es ja sein. Aber der Druck, der dahinter steht, hinter dieser Schnelligkeit, der entfällt. Ja, genau. Also wir können natürlich, wenn wir unsterblich sind, ist Vergangenheit und Gegenwart aufgehoben. Wir können in die Vergangenheit arbeiten, die Zukunft, also die Zeitlinie verschiebt sich dann. Dann wissen wir, dass wir allgegenwärtig sind und allpräsent sein können. Ja. Also wir werden das einfach so machen, dass wir uns eben regelmäßig treffen und jeder macht aus seiner Sicht eine Erfahrung der Unsterblichkeit, was sich bei dir verändert, was sich bei dir verändert. So, dass wir alle Fallen erkennen und eine Erweiterung haben, die Erfahrungen, die uns dann gut tun, einen Sprung zu machen in diese Unsterblichkeit. Wir sind es schon drin, aber eben, das uns bewusst zu machen, gibt uns dann einfach eine neue Kraft. Und dann warten wir auf die Pension nicht und so weiter oder jetzt unsterblich sind und was kommt, kommt. Okay. Deswegen meldet euch und macht mit, denn Erfahrungen, individuelle Erfahrungen sind für mich die Lösung. Deine Erfahrung bereichert mich. Was würdest du aus der Sicht der Unsterblichkeit machen? Was würdest du ändern? Deine Erfahrung hilft mir, weil wir haben diese tausend Fallen, die uns eingrenzen. Und wow, ja, ja, ja. Und so in dieser Begeisterung und vor allem in dieser Kraft, so wie bei alles, was passiert. Okay, jetzt kommt ein Virus, ja, ich bin unsterblich. Jetzt kommt ein Krieg, ich bin unsterblich. Dass das uns eine ganz andere Sicht der Dinge auch geben wird, gibt. Da freue ich mich darauf. Ja, Dankeschön, Initiatorinnen und Initiator.